Ich bin UX-Researcherin bei AutoScout24. UX-Research bedeutet, den AutoScout-Nutzer gut kennenzulernen, weil wenn wir unseren Nutzer kennen, dann können wir auch ihre Pains und Needs gut verstehen und daraus können wir auch gute Produkte machen. Also, ideellerweise kommt das Produktteam zu uns ganz frühzeitig, wenn sie eine Idee haben über ein Produkt und dann können wir testen mit den echten Nutzer. In der App gefällt mir das Feature der Merkzettel eigentlich am besten, den nutze ich während des Tages auch das öfteren, einfach aus Interesse, um kurz nachzusehen, ob ein Auto, das mich interessiert, bereits günstiger ist oder vielleicht noch günstiger wird. Und auf der anderen Seite würde ich auf der Suche noch sehr gerne das Kriterium Hubraum auswählen können, damit ich eben meine Suche noch genauer eingrenzen kann. Du bist aber auch echt nicht der Einzige, weil diesen Feature-Wunsch haben wir auch von anderen Nutzer und deswegen steht es auch in unserem Backlog und hoffentlich wird es dann halt anfasst. Ich freue mich schon drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.